Auf manch einem Computer stürzt der Browser Mozilla Firefox hin und wieder ab. Diese Abstürze sind allerdings mit einfachen Mitteln vermeidbar. Zuerst einmal sollten alle Add-ons aus dem Browser gelöscht werden. Oft lädt man sich Add-ons unbewusst bei anderer Software mit herunter. Diese Add-ons haben aber selten einen hohen Nutzen und verlangsamen den Browser nur oder führen zu einem Absturz. Neben dem Löschen kann es ebenfalls sinnvoll sein, den Browser im Kompatibilitätsmodus auszuführen und auf eine ältere Windows-Version anzupassen. Um das zu tun, muss man einen Rechtsklick auf die Verknüpfung machen, Eigenschaften auswählen und auf den Reiter Kompatibilität klicken. Dort kann man dann einfach eine Windows-Version auswählen. Schon mit Hilfe dieser kleinen Mittel kann ein Absturz meist verhindert werden. Kenntnacle, Auto Nocein Wie war die W超Sound check-ein?